Hallo, hier sind die Häusis, Tanja und Thorsten und Ritter Enterich nicht zu vergessen. Und zwar haben wir heute wieder ein schnelles Unboxing für euch und zwar vom Cosmos Verlag, das Lost Cities und zwar das unter Rivalen. Es gibt ja da verschiedene Variationen von dem Spiel und das ist jetzt das kleine, das wir uns gemeinsam anschauen und das packen wir jetzt mal mit euch gemeinsam aus. Nicht, dass wir jetzt so lange reden. Und los geht's. Ja, hier haben wir jetzt das Spiel. Einmal von vorne zu sehen. Das Cover ist identisch mit der Lost Cities Reihe. So sieht das von hinten aus. Und möchtest du einmal aufmachen? Ja. Einmal zu deines Amtes. Und dann schauen wir mal, was da so drin ist. Ach, das Wichtigste wieder für mich. Genau, das Wichtigste für dich. Eine Spielanleitung. Und wie viele Seiten haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, das ist ja überschaubar. Ich denke mal schon, das ist gut und schnell zu lernen. Hier haben wir wieder was zum Ausdrücken. Das machst du doch wieder so gerne. Das mache ich so gerne. Stabiler Karton, wie man es vom Cosmos eigentlich gewohnt ist. Noch so eine Platte. Und ein klassisches Karteninnenleben mit den Karten. Nee, die haben dieses Bändchen. Es ist männerfreundlich. Ist männerfreundlich. Die Rückseite ist identisch mit der Rückseite der Münzen. Alles schüttel die Handtaten. Aha. Auch wieder schüttel die Handkarten. Wie auch immer man die nennen soll. Aber da steht ja Startspielkarten. Das sind Weltkarten, sind das die mit den Händen. Mhm. Hast du schon einen Blick auf die Spielanleitung, oder was? Ja, das sehe ich gerade. Genau. Die liegt ja hier und da sehen wir das ja. Das scheinen auf jeden Fall die verschiedenen Landschaften zu sein, ne? Mhm. Expeditionskarten steht auch da eine Anleitung drauf. Ja, sieht schon mal interessant aus. Und wie immer, der Karton von innen auch so vom Design her passend. Ja, das war's. Sieht nach einem schnellen, kurzen Kartenspiel aus. Ja, ist ja auch bestimmt ein schönes, was man für unterwegs, wenn man im Urlaub nehmen kann. Wir werden das natürlich ausgiebig für euch testen. Und deswegen sagen wir bis bald. Tschüss. Hausis, Tanja. Und Thorsten. Und Ritter Enterich nicht vergessen. Hallo, hier sind die Hausis, Tanja. Und Thorsten. Und Ritter Enterich nicht zu vergessen. Ja. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020